So, nun läuft er aber. Willkommen hier zurück zu Rast, meine lieben Freunde. Wir legen gleich los. Wir haben ein großes vor, wir wissen zwar noch nicht was, aber... Ja, ich habe eine Werkbank. Endlich habe ich auch meine erste Werkbank. Komm doch, reinkommen. Technologiebaum. Ich weiß noch gar nicht, welche Richtung ich einschlage. Hast du schon eine reingeschlagen, Digge? Hallo, Freunde. Ja, also ich habe jetzt schon mal das Beet freigeschaltet, das Beet, dass ich dann im Endeffekt ein Wasser hinstellen kann und, ne, und dann würde ich als nächstes wahrscheinlich dann links den Baum freischalten, dass wir eben Werkzeug herstellen können, eben. Ja, ich mache rechts, sieht auch interessant aus, ganz rechts, wo der Schalter ist, für Stromzufuhr, das ist eigentlich auch ein großes Solarbein, das ist ja auch sehr gut, ne, dann kann man ja auch bei sich sehr viel hinstellen, ne, blaues Blinklicht, oh, Alarmalage, oh, geil. Oh, das Werkzeug, ich habe ja die Axt gefunden, die können wir jetzt an Forschung erforschen, wenn wir die erforscht haben, das Rezept haben, das ist ja dann normalerweise damit in den Baum automatisch freigeschaltet. Tatsache. Also, die Picke brauche ich 75, da muss ich also ein bisschen sammeln gehen. Aber was brauchst du denn zum Herstellen? Brauchst du da auch 75? Das ist nämlich die Frage. Wenn ich das freischalte, warte. Brauchst du auch 75? Aber du musst ja zuerst im Hammer, genau, pro Social Hammer. Wenn ich jetzt freischalte, brauche ich 150. Also, sparst wahrscheinlich die Hälfte anmitteilschen. Den Hammer, den Hammer können wir uns denn sparen? Ja. Sparen, ne, ausprobieren, ich habe ja... Wo musst du rüberkommen? Ähm... Ob ich denn... Provisorische... Provisorische Eispickel, war der auch hier oder war der im Backbank 2? Könnte ich dir so nicht sagen. Äh, ich guck grad mal rein. Ist der irgendwo eine Provisorischen? Kann der auch craften. Okay. Den sehe ich dann nicht. Bessere Bogen ist auch da drin. Zumindest... Oh, hier ist wieder Tag der offene Tür. Wie, bist du bei mir drin oder das? Sehr schön. Ja. Guck mal, dann macht man das so und dann macht man Forschen. Kannst du ja mal machen. Ich habe es mal reingelegt. Ich kenn das ja schon. Guck mal deine Forschung. Könnt ihr machen mal meinen Schrott. Sind wir auch 75. Und dann musst du gleich nochmal am Baum gucken. Das ist ja dann durch die Blaupause. Du musst ja dann noch... Ja. Kannst du das herstellen? Musst du denn lernen? Und dann... Wenn du die gelernt hast, ist das ja eigentlich... ...frei. Zeichne Blaupause, genau. Und die musst du jetzt lernen und dann musst du nochmal deinen Technologie... bums technologie baum nachschauen das jetzt frei ist auch paus gelernt hast ja ist frei ja ich kann aber wenn wir jetzt die eispicker reinpacken bei mir sind nicht frei weil du das halt gelernt hast ja also machst du halt den baum die baumreihe ja oder so genau die eispicker wurde auch damit freigeschaltet die idee also ich könnte ich könnte jetzt noch ein theoretisch die eispicker und schloss die eispicker hat geschloss also es hat alles geschlossen also ich könnte jetzt nur noch die die eisnachs eisenpicker reinpacken die spitzhacke die könnte ich jetzt noch freischalten alle aks können sie ja jetzt herstellen genau die aks kann ich ja schon genau das stelle ich schon mal her komm machen wir doch da hat die dann aks drop guck mal raus die frage wo kommt da ach so da war ja was machen wir aufschleiden also sag ich ja machen wir aufschleiden mit pin und eingabe und dann schmeißt du weit weg ab das kann nicht möglich sein die wolken dahinten er hat noch nicht abgeworfen leider wenn ich mal genau über uns hier abwerfen da kommt unsere nachbarn und dann kriegen wir unser kloppen das das wäre cool ich glaube genau was sagst du überhaupt zu meinen meinen hier auch hier ich muss mal das ist der neue ninja anzug ninja ich hab davon ein paar sachen gesehen habe die eigentlich relativ cool sind also ich zum school finde hier möchte ich nicht aufräumen wie das hier aussieht ich habe sogar noch eine axt umsonst dazu ja aus zwei mach ich drei ist das nicht geil das ist schon cool also genau den schratt kannst du rausnehmen so kann man kann man raus und gehen mal einkaufen wir müssen Karte holen oder was hast du vor brauchen noch die grüne Karte wir wollten doch Tartanke irgendwo hin ja ja grüne Karte da müssen wir ja schräg da runter ja kein holzbein das was markierung gesetzt tatsache ich soll meine markierung ja das ist ein punkt drüber hoffentlich haben wir Glück und da ist eine bestimmt werden wir doch sehen jetzt haben wir die Batterien die Sicherung nicht mit ne wieder Bahnhof kenne ich ja nur noch gar nicht gehen wir einfach schauen komm Schrottplatz das sind Hütten haben wir da oben auch da können wir auch noch zu genau beim nächsten Mal beim Klärwerk denn die Sicherung mit grüne Karte einsetzen da kommen wir denn dann auch die blaue Karte raus die brauchen wieder woanders ja das weiß ich noch das bekomm man rote Beeren sind auch sehr lecker mit der Ninja vor mir eigentlich müsste ich jetzt mit dem Mund offen rumrennen dann kann ich wenigstens Wasser einsammeln das wirkt cool oder und der Regen ist auch mal lustig Regen kein richtiger Regen also Sonne scheint es regnet ja weißt du was hier noch fehlt hier fehlt ja genau Regenbogen fehlt hier noch was komm ich schon auch nochmal irgendwann das war grad die Combo gewesen ne ja oh da müssen wir mitnehmen hier jo Pferd mhm da sind zwei Pferde wollen wir mit Pferd weitermachen ja ist jemand in der Nähe nicht dass es heißt ne nein hier ist keiner warum für die Pferde ich weiß nicht was man da braucht dass sie die spawnen was Hitch dann musst du Essen reinpacken und dann gehts los so mag das Reiten ja nicht aber man ist ja halt schneller unterwegs das eins ist was man mit dem Fetten und das man dann nicht mit überall runter rennen kann ne also realistisch ist das nicht so mit springen weißt du ne der bleibt das ist schon cool genau so ein Holz bleib einfach stehen Holzdings da und Hallo Pferd mhm zwei drei ich weiss nicht ja du mich auch immer den Wolf hinterher ok alles klar so kann man es natürlich auch machen was denn hier bauen oh nein jetzt habe ich mein Pferd geschlagen alter oh ab das ist ein Schwein blöder Wolf alter noch jemand das ist geil ok rein in die grüne Karte geil ist das nicht ja ich stell grad fest dass ich ähm ich saß oben auf hab sie dass ich grad Scham bekommen habe weil ich auf dem Pferd gesessen habe ok hat jemand einen Loot hin ja sind hier nicht alleine ne leider nicht ich habe jemand gelootet aber ich wollte nur die grüne Karte haben da wurde ich gern bekomme such Kundschaft ja oh 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 hello hello ferrari versammlung mit dem Auto du nice müssen wir auch noch machen oh da hinten war noch einer so ich muss mich verbinden der blöde Wolf hat mich abgelenkt ich weiß gar nicht wo mein Pferd ist du sitzt noch auf deinem Gaul das Pferd ist auf der Rückseite da kommt noch einer kommst du da kommt noch einer da kommt noch einer oh da haben einen Taucher ach ne der Taucher hier los Versammlung und sein Linikopter kommt hier Juuu Vorsicht Airwolf Airwolf genau Hawk richtig im Griff wa Nothin Moin Vorsicht Wolf bum 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 Wolf so ah zum Glück bin gleich durchgelaufen grüne Karte geholt mehr wollte ich gar nicht hm was hab ich denn mal für ein Gerübel hier Autoteile hab ich jetzt mal ja das ist auch nicht so berauschend mit den Autoteilen ne können wir auch noch mal Auto fahren haut euch wieder ab das ging ja schnell nur schild denn da nur schild doch jemand hallo hörst du mich? ne auf der Rückseite war noch ein Pferd gewesen ja kann sein dass es meins ist äh es war deins ne der ist immer noch da das Pferd genau ja hier ist noch dein Pferd ja ja ich wollte äh schreddern glaube ich und nach oben wollte ich glaube ich noch ach ich seh man kann sogar oh cool man kann sogar vom Pferd ausschießen das ist geil das verwirrt war das hier mit der Leiter oder war das ne doch oder wolf ist da und geil hallo ich bin da hier war ja jemand trotzdem auch noch ja die Karte lag ja auch da die weise konnte ich ja noch stibitzen mhm das ist alles immer gut da ist ne base da hinten oh hier liegt auch noch ein wolf mhm voll toll soweit die Autoteile werde ich mal alles schreddern jetzt weil die nicht so berauscht sind mhm sorry kommen wir auch noch zu aber erstmal nicht weil ich kurz sagen das ist ja echt nachgeschmissen schreddern lohnt die eigentlich auch nicht aber bei Helm Metall fragt man eine 47 so wo ist mein Gaul so klar ist auf der Rückseite seite ist gut ja bei mir da ist baldo oder wer hieß er Fury ja ne rechts kommt ein wolf können nochmal oben lassen eine Hütten hoch können wir oder nicht zum Schrottplatz ich glaube das auch allerdings an ich glaube wir können erstmal schauen mal gucken was ist all die Aktivität können ja auch den ich weiß es nicht das gibt es nicht straßen lang da unten gibt es einen Kugeltank dann gibt es einen Market aber das ein Portal ist ja ja ansonsten Kugeltank das ist die Kuppel da ist auch Radioaktivität an ja ansonsten würde ich sagen Schrottplatz kommt ein Schrottplatz wir haben eine Ecke wir gucken einfach mal das ist auch Radio so erstmal wenn wir die Folge beenden das sehen wir dann in der nächsten Folge also meine Lieben bis zur nächsten RAS Folge bis dann bleibt gesund tschüss tschüss tschüss